Ukraine ist im Moment nicht entertaining, aber natürlich sehr aufregend und informativ. Insofern könnte man hier sehr wohl auch eine Brücke schlagen, weil was sich nämlich in diesen Untersuchungen, die Heio von Grötberg angesprochen hat, zeigt, dass eigentlich es nicht viel bedarf, um Informationsprozesse zu initiieren innerhalb von Unterhaltung. Sie sind gewissermaßen etwas Selbstverständliches und das mag in der herkömmlichen Perspektive etwas überraschen, weil wir sind daran gewöhnt, Information und Unterhaltung als Gegensätze zu behandeln. Und ich will versuchen, Ihnen zu zeigen, dass nicht nur beides miteinander verzahnt werden kann, sondern ich gehe einen Schritt weiter, ich behaupte jetzt einfach mal, und das ist der Titel des Vortrags und das Ausrufezeichen, bitte ich mit zu beachten, Unterhaltung ist Information. Also die These ist, dass Unterhaltung auch als Unterhaltung nur funktioniert, wenn ganz bestimmte Informationsprozesse laufen und ich will versuchen, die zu zeigen. Man kann aus dieser Perspektive dann auch ableiten, welche Probleme sich bei geplanten Entertainment-Programmen ergeben können, bei denen gewissermaßen schon implementierte Informationsprozesse qua Unterhaltung vorhanden sind und jetzt kommt noch was dazu. Und das kann manchmal funktionieren und manchmal nicht. Und das ist gewissermaßen der Hintergrund unserer Frage. Ich bin gebeten worden, das Ganze auch ein bisschen historisch anzulegen. Und deswegen habe ich erst mal mit der Historie der Mediennutzungsforschung begonnen. Wir kennen also diese Entgegensetzung und die Frage, wie sie denn dann doch zueinander in Beziehung zu setzen sind. Und da gibt es eine klassische Untersuchung von Ula Dehm schon aus den 80er Jahren, die feststellt, dass die meisten Leute, wenn sie an Fernsehen denken, Fernsehen mit Unterhaltung assoziieren. Also wenn man die Menschen fragt, warum schauen sie Fernsehen zur Unterhaltung? Das eigentliche Problem ist nun, wenn man auf die Ebene der einzelnen Gratifikationen geht und fragt die Leute, warum unterhält gerade diese Sendung sie, wird plötzlich der Unterhaltungsbegriff schwammig. Weil es sich nämlich dann zeigt, wer sich bei einer Sendung gut unterhält, tut dies häufig gerade deshalb, weil die Sendung ihm auf angenehme Weise Informationen vermittelt. Und da sind wir dann schon bei einer gewissen Aporie, nämlich, dass der Gebrauch des Begriffs Unterhaltung übrigens auch innerhalb der professionellen Szene, also bei denjenigen, die mit Kommunikation Geld verdienen, zum Beispiel Fernsehanstalten, ja auch in Organisationsstrukturen sich widerspiegelt. Da gibt es dann eine Abteilung für Information und eine für Unterhaltung. Und üblicherweise wollen die nicht so miteinander identifiziert werden. Also die Nachrichtenjournalisten, denen ist es wichtig, nicht als Unterhaltungsfuzis dazustehen zum Beispiel. Und die Unterhaltungsleute sagen natürlich, um Himmels Willen, wir wollen leichte Kost produzieren, nicht zu schwerfällige Informationen da implementieren. Also das sind gewissermaßen professionelle Schemata produziert, die schon eine gewisse Entgegensetzung nahelegen. Jetzt schauen wir mal in der Geschichte uns an, was wir so über das Verhältnis von Information und Unterhaltung sagen können. Grimms Märchen ist natürlich eine kleine Anspielung auf den Vortragenden, der aber natürlich sich bemühen wird, Ihnen keine Märchen vorzulesen, sondern Ihnen zu Märchen was zu erklären. Also wenn wir uns zum Beispiel die Frau Holle anschauen, das ist jetzt eine Kurzversion, dann kann man sagen, das ist die Geschichte von Goldmarie und Pechmarie, wobei die Goldmarie am Ende sehr beglückt und beschenkt aus ihrem guten Leben davonkommt und die Pechmarie natürlich gewissermaßen für ihre schlechten Taten bestraft wird. Man könnte also sagen, die Message ist, Gutsein zahlt sich aus. Die These ist jetzt, warum wollen Kinder das jetzt immer wieder hören? Weil es ist ja oft genug ein Konflikt, gut zu sein. Es ist anstrengend und dann ist es vielleicht so kurz vor dem Zu-Bett-Gehen dann doch ganz sinnvoll, sich nochmal zu vergewissern, dass in der Tat hier auch Gratifikationen winken, siehe Goldmarie. Und gerade wenn man sich dann erinnert an die Erschwernisse, die das gute Benehmen dann im Einzelnen verursachen mag, ist dann diese Gratifikation eine Information, die hilft, am nächsten Morgen wieder ein bisschen moralischer in die Welt zu bringen. Dann haben wir hier den Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das ist nicht ganz so bekannt wie die Frau Holle. Also es geht da um einen Knaben, der im Grunde aufsteigt und der Mann der Königstochter werden soll. Ist ja ein Topos, der in Märchen nicht selten vorkommt. Und zwar mit Hilfe der Großmutter des Teufels. Der König versucht dann, die magischen Kräfte derselben Großmutter zu nutzen für sich, nämlich um besonders viel Gold zu bekommen und verliert dann aber daraufhin seine Position. Die Moral von der Geschichte lautet, also das ist natürlich jetzt eine konzentrierte, zusammenfassende Form, der Aufstieg einmal Leute ist möglich. Das ist ungefähr dasselbe, was auch bei DSDS immer mitkommuniziert wird im Subtext. Das sind ja überwiegend jetzt migrantische Persönlichkeiten, die dann entweder als Superstar werden oder nicht. Und das Zweite ist, dass korrupte Regenten bestraft werden. Da könnte jetzt Janukowitsch von der Ukraine ein Lied von singen, weil natürlich das Problem in der Ukraine nicht nur Putin ist, sondern die Korruption, die den Staat auch von innen heraus auffrisst. Also das ist eine Information, die ist nicht banal, sondern die konstituiert eigentlich auch das Motiv, warum wir uns das immer wieder anschauen wollen. Also die Ukrainer brauchen auch die Versicherung im Moment, dass es möglich ist, gegen die Korruption zu kämpfen. Schauen wir mal wieder bei Krims Märchen nach und fühlen uns ermutigt und verlieren den Optimismus in dieser Richtung, dann vielleicht tatsächlich über Monate hinweg einen Platz wie den Maidan zu besetzen, der natürlich von vielen Menschen sehr viel biografisch abverlangt hat. Rapunzel wird für einen kleinen Diebstahl ihrer Mutter hart bestraft. Dann gibt es natürlich den Königssohn, der sich in sie verliebt, aber dann von der Hexe, die diese Strafe letztendlich zu verantworten hat, geblendet wird. Und am Ende ist Rapunzel natürlich traurig, sie hat erstmal den Geliebten nicht an ihrer Seite, trifft ihn aber dann geblendet und mit ihren Tränen wird er wieder sehend gemacht. Was heißt das jetzt auf der Informationsebene? Man könnte sagen, es ist ja alles nur Fairytale. Nein, es hat eine Botschaft und die Botschaft ist eine Doppelte hier in dem Falle. Man könnte wahrscheinlich noch mehr entdecken, aber ich sage mal die zwei, die ich für zentral halte. Die eine ist, zu harte und ungerechte Strafgewalt ist böse. Also zum Beispiel ein Argument gegen Sippenhaft wäre das oder auch gegen die Todesstrafe. Ich sage gar nicht so inaktuell, würde ich mal sagen. Und das zweite ist, Liebe setzt sich gegen das Böse durch. Also ist es auch wieder ein, man könnte sagen, mutmachendes, informativ, so möchte ich das mal nennen, was uns hilft, schwierige Alltagssituationen zu bewältigen. Mein letztes Beispiel, der Froschkönig, ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Mancher Frosch entpuppt sich eben bei näherem Hinsehen als Prinz. Da warten alle, nicht nur die Mädchen drauf. Das ist ja natürlich auch in umgekehrter Geschlechterverteilung möglich. Natürlich, wenn man es aber jetzt zum Beispiel auch medienkritisch wendet, könnte man auch sagen, trau dem Äußeren Schein nicht. Weil es könnte ja sich dahinter was ganz anderes verbergen. Entweder im positiven oder im negativen Sinne. Wäre also die Information eigentlich, könnte man sagen, eine medienkritische Betrachtung oder überhaupt auf Äußerlichkeiten, auch in der Interaktion zwischen Menschen, die ja auch häufig einen bestimmten Anschein erwecken wollen, nicht unbedingt zu trauen. Da gibt es ja mittlerweile auch Fernsehformate, die das letztendlich dann kultivieren und schauen, wie man mit Hilfe eines Detektiven zum Beispiel dann hinter die Fassade, die falsche Fassade, von wem auch immer blickt. Das ist eigentlich ein Volkssport geworden. Natürlich in Paarbeziehungen dann manchmal etwas problematisch, wenn es dann darum geht, die vermeintliche Fassade des Partners durch entsprechende Kontrollen des Handys etc. entsprechend runterzuholen, um dann natürlich festzustellen, die Beziehung war schon seit zwei Jahren tot und jetzt wissen wir es. Also auch hier geht es darum, den Schein zu hinterfragen und hier ist eine Information in diesem Märchen enthalten, das in diese Richtung verweist. Also das ist alles in allem keine neue Erscheinung, dass Informationsprozesse in Unterhaltungsprodukten vorhanden sind. Das kann man natürlich dann auch im weiteren Verlauf zum Beispiel des 18. und 19. Jahrhunderts beobachten. Der Kolporateur war ja derjenige, der die Schlese-Stoffe aufs Land gebracht hat und das einfache Volk hat auch sehr viel Misstrauen ausgelöst bei der Obrigkeit, weil man hatte immer im Verdacht, die würden die Sitten verderben oder zur Revolution anstacheln. Dann haben allerdings die Polizeiakten nach der Inspizierung ergeben, dass es überwiegend Erbauungsliteratur war, also moralische Geschichten, allenfalls mal eine Gespensterstory. Und ansonsten eigentlich, also von Revolution und Sex war da eigentlich in der Regel keine Rede. Es ist nichtsdestotrotz eine Situation entstanden, in der die Pädagogen sich Sorgen machen mussten, weil jetzt plötzlich gewissermaßen unkontrolliert Informationen in die Gesellschaft eingedrungen sind. Ich will Ihnen da nur ein Zitat vorlesen. Das kann man sehr schön bei Schenda auch nachschauen. Da gibt es viele Beispiele. Für die Lesesucht ist ein törichter, schädlicher Missbrauch einer sonst guten Sache. Setzen Sie einfach Fernsehen ein oder Internet, dann ist es ganz modern. Ein wirklich großes Übel, das so ansteckend ist wie das gelbe Fieber in Philadelphia. Sie ist die Quelle des sittlichen Verderbens für Kinder und Kindeskinder. Torheiten und Fehler werden durch sie in das gesellige Leben eingeführt. Der Verstand gewinnt nichts dabei, weil das Lesen mechanisch wird, der Geist verwildert, statt veredelt zu werden. Das Zweite spare ich mir, weil ich angehalten bin, hier im Zeitrahmen zu bleiben. Aber es ist äquivalent ein Misstrauen gegen Informationsverbreitung, die von pädagogischer Seite gesehen ist. Das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt der Zensur, wie wir sie dann auch speziell im 17. und 18. Jahrhundert erleben. Deswegen gewissermaßen könnte man auch den Jugendschutz hier noch in einer natürlich sehr losen Form der Tradition in dieser Hinsicht sehen. Also es geht darum, die Informationsprozesse in der Gesellschaft zu steuern. Aber es war nicht nur die Zensur, sondern es war zum Zweiten, volkspädagogische Initiativen, die dann unternommen wurden, die gewissermaßen zur Veredelung der Lesestoffe beitragen wollten. Und dann hat man in der Tat auch in einzelnen Verlagen, insbesondere Kalender waren das gewesen, die ganz populär gewesen ist, eigentlich die Massenliteratur schlechthin im 17. und 18. Jahrhundert, soweit man davon sprechen kann. Und die haben versucht, das, was jetzt auch heute geschieht in Krankenhausserien oder wenn es um andere Formen der Aufklärung geht, zum Beispiel über Verhütung oder über Gefahren von Aids, man versucht dann gewissermaßen in die populären Lesestoffe, die nützlichen Erkenntnisse irgendwie zu implementieren. So, und dann kommt am Ende ein etwas weichgespülter Kulpateur raus, der auch nicht mehr so wild aussieht wie der frühere. Er ist gewissermaßen gesittet und ist dann in dem Moment ein Propagandist der Volksaufklärung, habe ich das mal genannt, man könnte es auch moderner ausdrücken, ein Educator, der aber in dem Fall auch die ethische Seite mitreflektiert. Das sind jetzt so Beispiele von Kalendern. Sie sehen hier zum Beispiel dieses etwas klein beschriebene Blatt enthält Hinweise, wie Sie sich beim Aderlass zu verhalten haben, also das sind Gesundheitstipps. Da waren auch enthalten zum Beispiel Hinweise für die Aussaat. Es ging ja dann nach Jahreszeiten, wann man was wie machen soll. Und auf der Rückseite eigentlich obligatorisches Kalenderplatz, eine Gespenstergeschichte, Kriminalgeschichte oder romantische Liebesgeschichte. Eigentlich das, was man heute auch als Genre im Fernsehen beobachten kann. Und die Frage ist, es hat lange funktioniert, bis die Volkspädagogen kamen. Gartenlaube, das wären dann also auch noch Weiterentwicklungen in dieser Hinsicht oder Simplizismus, der das dann in Richtung einer Satire fortführt. Es kam, und das ist der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen möchte, zu einer Krise der Kalenderproduktion am Ende des 18. Jahrhunderts. Und das hat teilweise auch noch ins 19. hineingereicht. Und zwar haben durch den Einfluss der Volkspädagogen, die dann diese nützlichen Erkenntnisse da reingebracht haben, wurden erstmal die klassischen Lesestoffe diskreditiert. Also Gespenstergeschichten waren nicht mehr erlaubt. Das war gewissermaßen gegen die öffentliche Moral. Und man hat es dann versucht zu ersetzen durch populäre, fiktionale Erzählungen, wurden ersetzt durch Hinweise zu moralischen Lebensgestaltungen direkt und Pamphlete gegen den Aberglauben. Das war natürlich diese aufklärerische Intention. Und Verehrungstexte für den Fürsten, sozusagen als Vorbeugung gegen Revolution. Die Leser waren nicht begeistert. Also in dem Falle gab es Widerstand gegen die Belehrungsversuche. Und das ist das, was jetzt eigentlich für uns heute interessant ist. Die Versuche, Unterhaltung zu pädagogisieren, ist nicht nur etwas, was gewissermaßen die ethische Verfasstheit der Gesellschaft garantiert, sondern was in der Regel Widerstände erzeugt im Publikum. Und wir versuchen jetzt zu verstehen, das wird dann im weiteren Verlauf des Vortrags hoffentlich klar werden, woher der Widerstand kommt und wie er gegebenenfalls auch umgangen werden kann und dann natürlich im positiven Sinne Entertainment oder Entertainment Education stattfindet. Das ist ein weiteres Beispiel für eine misslungene Kommunikation im Bereich des Entertainment Education. Das ist eine frühe Soap in Indien, die allererste, die ausgestrahlt wurde. Hat so ein bisschen Bollywood-Charakter, aber im Grunde hätte es auch von RTL als gute Zeiten, schlechte Zeiten mit etwas anderer Kleidung funktioniert. Also die zentralen Geschichten sind Paarkonflikte und Familienkonflikte und es geht halt rauf und runter und hoffentlich, und das ist das, womit die Zuschauer dann mitfiebern, soll sich am Ende die romantische Liebe durchsetzen. So, und dann ist diese Idee aber in dem Falle vom Informationsminister gekommen, höchstpersönlich, der eine Mexiko-Reise unternommen hatte. Mexiko gibt es ja bekanntlich, das ist El Dorado der Telenovelas, die sich ein bisschen von den Soaps unterscheiden, dadurch, dass sie einen weitgespannten Erzählbogen haben und am Ende natürlich auf das unvermeidliche Happy End zusteuern. Sie kriegen sich, also nur die Liebe zählt, könnte man also in dem Falle sagen, wäre die Message in diesem Falle. Und jetzt war die Idee, da könnten wir doch für die indische Gesellschaft Aufklärung machen, A, über die Gefahren von zu vielen Kindern, die Notwendigkeit von Empfängnisverhütung zum Schutze der eigenen Gesundheit und natürlich auch, um hier ganz bestimmte Formen des Fehlverhaltens zwischen den Geschlechtern zu korrigieren. Wieder waren die Leute nicht begeistert von dieser Pädagogisierung und jetzt kommt die erste wirklich inhaltliche These, was ist die Ursache? Meine These lautet, warum wurde das nicht akzeptiert? Das war doch vorher auch gewissermaßen Belehrung und auch einfache Soaps haben immer solche Botschaften für das Alltagsleben. Die These ist, dass die implementierte Botschaft im Widerspruch stand zu der Information, die eigentlich das Unterhaltungserlebnis konstituiert hat. Denken Sie an die Märchen, gutes Verhalten lohnt sich. Was ist hier die Message? Romantische Liebe ist schön. Wir sehen uns danach, haben Sie nicht immer zur Verfügung, aber wir wollen Sie sozusagen als Ziel vor Augen haben. Sie könnten auch sagen, als konkrete Utopie. Und jetzt kommt der Herr Pädagoge und sagt, Moment, das ist ganz gefährlich, man muss da aufpassen und viele Techniken und so weiter und das Ganze hat ein Sozialrisiko und ein Gesundheitsrisiko. Das verdirbt den Spaß, weil es letztendlich die Message, die zentrale Message, die mit dem Unterhaltungserlebnis zu tun hat, konterkariert. Das ist die These. Also es ist nicht etwa eine prinzipielle Unverträglichkeit zwischen Unterhaltung und Information, sondern es sind zwei Informationen, die gewissermaßen im Widerspruch zueinander stehen. Den Fliege übergehen wir jetzt. Wer mich schon länger kennt, weiß, das ist etwas, was ich gerne vorführe, weil es zeigt, es war eine Sendung seinerzeit über Tierschutz. Sie war so aufgebaut, eindringliche Verbalappelle für Tierschutz. Man hat vorgeführt, das Quälen von Tieren, die transportiert wurden, also Schreckensbilder, Gräuelbilder wurden gezeigt. Dann wurde ein positives Beispiel geben, das Handlungsmodell vorgeführt, nämlich eine engagierte Tierschützerin hat Hühner befreit. Und last but not least, alles garniert dann immer noch mit entsprechenden Appellen, Aufrufe zum Tierschutz von Fliege, also auf der Kommentatoren-Ebene. Und am Ende kam Reinhard May und hat das Blied gesungen, die Würde des Schweins ist unantastbar. Und dann haben wir gemessen, ob das Entertainment-Education-Konzept funktioniert. Wie Sie es jetzt wahrscheinlich schon ahnen, es hat nicht funktioniert. Es gab keine Stärkung und Unterstützung für ein Tier, fühlt genauso wie ein Mensch, was Fliege ungefähr 20 Mal gesagt hat in der Sendung. Tiere haben die gleichen Rechte, aber auf derselben Ebene, Tiertransporte überflüssig, sollte man auf Fleisch verzichten. Das war ein richtiges Werben für Vegetarismus, was da in der Sendung gemacht wurde. Und insgesamt soll der Tierschutz verstärkt werden. Auf allen war entweder keine Veränderung oder sogar eine gegenläufige. Goethe würde sagen, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Das ist ein Zitat aus dem Tasso. Man merkt, dass man pädagogisch beeinflusst werden soll. und dann will man diesem Ratschlag nicht folgen. Und die Konsequenz ist natürlich, dass wir eine andere Form des Informationsdesigns brauchen, dass die Bedürfnisse des Rezipienten, selber Entscheidungen zu treffen, respektiert in Ernst nimmt. Die Würde des Rezipienten ist unantastbar in der Unterhaltung. Und wer das verletzt, läuft auf. Das ist auf jeden Fall bei Fliege der Fall gewesen. Hier ist es nochmal zusammengestellt. Im 18. Jahrhundert die missglückten Versuche mit der Pädagogisierung der Kalender. Dann die Soap-Opera Humlock, das habe ich schon erwähnt. Deutsches Privatfernsehen in den 80er Jahren hat kurzzeitig versucht, ich weiß nicht, ob der Lieder-Charles sich noch erinnert, Musikuntermalungen zu Nachrichtensendungen zu machen. Ich glaube nur zwei Wochen. Dann waren die Proteste so stark, weil hier ganz offenbar eine falsche Form der Verbindung von Information und Unterhaltung vorlag. Und man will einfach, wenn man die Nachrichten hört, nicht gleichzeitig berieselt werden. In anderen Fällen schon, aber hier offenbar nicht. Und man muss diese Unverträglichkeiten, diese Situation verstehen lernen, um die Harmonisierung dieser beiden Ebenen besser zu gestalten. Das ist jedenfalls die Intention. Und eine monologische Struktur der Überredung, wie bei der Talkshow von Fliege, ist dysfunktional. Sie müssen schon versuchen, beide Seiten zu zeigen, um dem Zuschauer die Wahl zu lassen. Das ist wesentlich für Informationsverarbeitung unter Unterhaltungsbedingungen. Was ist Unterhaltung? Also, es gibt kein Zweifel, die ist nicht erst durch Fernsehen erfunden worden, sondern die gibt es lange. Märchen und Mythen sind ganz ähnlich. Es gibt kulturüberdauernde thematische Strukturen. Es scheint fast zu sein, als ob es sich hier um eine anthropologische Notwendigkeit handelt. Und das erklärt Bossart mit drei Grundfunktionen des Märchens und der Unterhaltung. A, der Artikulationsfunktion, innere Wünsche und Hoffnungen können zum Ausdruck gebracht werden. Es werden Ängste und Zwänge gemindert. Und es trägt zur sozialen Integration, möglicherweise auch zur sozialen Kontrolle bei. Hier endet Bossart. Und ich würde jetzt unter dem Eindruck der schon erzielten Erkenntnisse im Zusammenhang der Messages von Märchen und auch der missglückten Versuche der Verbindung von Information und Unterhaltung in der Humlock-Reihe oder auch bei den Volksaufklärern der Kalenderreform hinzufügen. Die Orientierungsfunktion ist konstitutiv. Unterhaltung ist Information, weil sie Orientierungen gibt für das Alltagsleben. Wir müssen uns nämlich fragen, was ist denn eigentlich Unterhaltung? Und was ist dabei Information? Brenda Derwin hat dafür ein Sense-Making-Konzept entwickelt, das ich hier auch nur ganz kurz skizzieren kann. Sie unterscheidet verschiedene Problemsituationen im Alltag. Also wir haben zum Beispiel Entscheidungsprobleme. Sollen wir jetzt nach dem Baccalaureat noch den höheren Universitätsabschluss anstreben? Oder ich habe eine Angstsituation. Soll ich jetzt in der Ausbildung schon ein Kind haben? Gibt es nicht diese Risiken, die dann ja auch bei Humlock unter anderem thematisiert wurden? Oder eine Blockierungssituation, wo dann einfach bestimmte Dinge nicht weitergehen? Das kennen wir alle, weil das Leben ist kein Wunschkonzert. Und jetzt ist die Frage, wie greift Unterhaltung, und zwar Unterhaltung als Information, in diese Problemsituation bei? Die These von Derwin, die ich unterschreiben würde, lautet, die Menschen wenden sich der Unterhaltung zu, vor dem Hintergrund von Problemsituationen, die sie wahrnehmen. Und die Unterhaltung ist gewissermaßen die Lösung dafür. Und das, was sie verändert und was dann letztendlich zur Lösung beitragen soll, ist das, was man Information nennen könnte. Es ist aber noch was anderes wichtig im Zusammenhang mit Unterhaltung, was von Fliege missachtet wurde. Unterhaltung ist eine freie, man so will, spielerische Tätigkeit, die abgegrenzt ist vom normalen Alltagsleben, auch eigenen Regeln folgt und natürlich auch so etwas wie eine emotionale Spannung erzeugen soll. Wenn man das jetzt auf Unterhaltung generalisierend anwendet, heißt das, dass Unterhaltung als Spiel eine freie Tätigkeit ist, die in einer vom gewöhnlichen Leben abgegrenzten Zone stattfindet, dabei selbst einer bestimmten Ordnung folgt und spannend sein soll. Also wenn sie nicht spannend sind, haben sie es schon verloren, dann sind sie aus dem Unterhaltungsdiskurs draußen. Wenn sie die Freiheit der Tätigkeit einschränken, sind sie auch draußen. Weil in dem Moment, wo sie eine instrumentelle Form der Belehrung zum Beispiel oder der Überredung ins Spiel bringen, haben sie eigentlich dieses Freiheitsprinzip der Unterhaltung verletzt und haben eigentlich schon keine Chancen mehr. Sie ernten dann das, was bei Fliege passiert ist, nämlich Widerstandshandlungen des Publikums, Reaktanz. So. Was ist Information? Also, wir können Unterhaltung nur verstehen, wenn wir verstehen, was Information ist. Es gibt einen klassischen Informationsbegriff von Shen, der im Grunde Information als technisches Vermittlungsproblem sieht. Ich habe eine und transportiere die gewissermaßen vom Sender direkt in das Gehirn des Rezipienten. Das mag bis zu dem Punkt, wo die Rezeption dann beginnt, noch eine gewisse realistische Realität, also eine Realität sein zur Beschreibung der Distribution von Nachrichten. Ist aber nicht das, was wir in der Kommunikationswissenschaft Information nennen. Ich bin eigentlich kein Systemtheoretiker, habe aber die Ausführungen von Luhmann sehr hilfreich empfunden in dem Zusammenhang, nämlich seine Informationstheorie, die er an Gregory Bateson anlehnt. Und er definiert Information als einen Unterschied, der bei einem späteren Ereignis einen Unterschied ausmacht. Klingt erst wie so ein Sprachspiel, wo man nicht sofort versteht, was gemeint ist. Was heißt das? Also, ich schaue Nachrichten, Wetterbericht, es regnet. Es ist eine Information, weil ich muss entscheiden, nehme ich den Regenschirm mit oder nicht. Was daraus folgt ist, also in dem Moment, in dem ich die Information aufnehme und den Regenschirm eingepackt habe, ist der Informationsprozess abgeschlossen. Es hat auch keinen Sinn, sich die Wetternachrichten dann zehnmal anzuhören, es sei denn, es ist permanent aktualisiert, wie das jetzt auf den Smartphones üblich ist. Wenn Sie also die Wettervorhersage haben, die relevant für Sie ist, nämlich Sie können ja nur am Morgen entscheiden, wenn Sie das Haus verlassen, nehme ich den Schirm mit, ist es notwendig oder nicht. Später ist er eben dabei oder nicht, macht es keinen Unterschied, wäre es auch keine Information. Also, wir lösen uns von der Vorstellung, als ob sozusagen Informationen essentielle, objektive Dinge sind, die man von A nach B transportiert. Es sind Prozesse, die durch Medienangebote angeregt werden und sich eigentlich im Rezipienten vollziehen. Der Rezipient wird informiert. Nehmen Sie das bitte wörtlich. Er wird in Form gebracht. Eine Nachricht bringt den Rezipienten in eine bestimmte Form, zum Beispiel hoffentlich die Nationalmannschaft, jetzt nicht nur durch Training, sondern auch durch die Ansprache von Löw, dass sie die ja schon der verzweiflung nahe Stimmung in einen Optimismus und einen Siegeswillen ummünzt. Also ist es hier erforderlich, dass wir ein Informationsmilieu herstellen, wo die ganzen kranken Fußballspieler wieder vielleicht ein Superheldenvideo oder sowas, dann könnte man sagen, yes, I can und ich kann diese Widerstände überwinden und dann wäre dieser Informationsprozess auch relevant geworden. Es wäre ein Unterschied, der bei einer späteren Situation, hoffentlich dann bei der Weltmeisterschaft in den entsprechenden Spielen, einen Unterschied macht, nämlich ob sie gewinnen oder nicht. Oder ob sie zumindest mal an ihren Sieg glauben und deswegen alle Kräfte mobilisieren. Wenn ich nämlich glaube, ich verliere, brauche ich eigentlich gar nicht anzutreten. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied, der im Sinne von Bateson und Luhmann eine Information ausmacht. Das wird jetzt hier noch weiter bezogen auf Unterhaltung. Unterhaltung ist also eine Realitätsdoppelung in der Terminologie von Luhmann, die aber wie Nachrichtensendungen auch von ihrem Informationsgehalt nehmen. Das heißt, sie machen für den Rezipienten einen Unterschied, diese Kommunikation vollzogen zu haben oder nicht. Zum Beispiel, ich bin schlecht gelaunt, habe frustrierende Erlebnisse im Beruf gehabt, schaue ich mir doch so eine Volksmusik-Sendung an. Die einen würden dann sagen, wohliges Gefühl, Harmonie, die anderen kriegen einen Aggress. Im ersten Fall wäre es funktional im Sinne des Mutmanagements. Da wäre also sozusagen die Differenz der Informationsprozess im Bereich des Gewünschen. Im anderen Fall wäre es Misslung, aber es wäre auch eine Differenz. Allerdings eine negative Information. Also es gibt auch negative Informationen. Das müssen wir uns klar machen. Aber Informationen sind nichts, was wir anfassen können, was wir transportieren können. Sie vollziehen sich in den Rezipienten. Und wir können das auch messen, nämlich durch Unterschiede, die sich ergeben, wenn wir Menschen mit Medienkommunikation und Unterhaltung konfrontieren. Hier wird noch deutlich, wie der Informationsprozess in der Unterhaltung dann funktioniert. Es ist natürlich klar, dass es hier nicht um eine reale Realität geht. Es ist eben eine Realitätsdoppelung. Dadurch ist der Rezipient auf sich selbst verwiesen. Das heißt, er vergleicht ständig als Hintergrundfolie sich mit der Figur. Bin ich so gut wie Superman oder nicht? Kann ich von ihm wirklich profitieren? Oder kann ich auch von dem Modell, was in einer Talkshow präsentiert wird, etwas lernen, zum Beispiel über Kindererziehung. Also ich habe ja auch mal was über die Supernanny gemacht. Und da wird man dann aus diesem Vergleichsprozess einen Schluss ziehen. Das ist Information. Der Schluss ist die Information, nicht das, was im Medienformular selber drin stand. Medien produzieren Rezeptionsvorlagen und die Information vollzieht sich im Rezipienten. So, jetzt machen wir eine Anwendung auf Krankenhausserien. Das ist vielleicht jetzt im Moment für Sie noch zu technisch. Das ist im Grunde der Prozess der Verarbeitung, wie dann letztendlich aus einem Unterhaltungserlebnis so etwas wie ein informierter Rezipient resultiert. Hier haben wir das Design dafür. Also das Ganze hat natürlich auch eine methodologische Seite. Wir haben ja gesagt, Information macht einen Unterschied. Und deswegen messen wir zu zwei Zeitpunkten zum Beispiel das Wissen von Menschen vor der Rezeption und nach der Rezeption und die Differenz wäre dann gewissermaßen der Informationszuwachs, den die Person erlitten hat, naja, sich angeeignet hat, die ihm widerfahren ist. Information ist eigentlich eine Zustandsveränderung des Rezipienten, oft unter dem Gesichtspunkt, Alltagssituationen bewältigen zu wollen und zu müssen. So, das haben wir angewendet auf Emergency Room und Bergdoktor. Hier gleich was zu den Ergebnissen. Emergency Room, dramatische Action, das war die Fragestellung. Es gibt da Kernsequenzen, da geht es um die Interaktion von Arzt und Patient. Und für die Gesundheitskommunikation ist natürlich da der Hauptbereich, in dem solche Informationen, die für die Gesundheitsvorsorge zum Beispiel wichtig ist oder für das Erkennen von Krankheiten, angesiedelt sind. Aber natürlich haben diese Unterhaltungssendungen, Krankenhausserien ist ja eine Unterhaltungssendung, immer noch viel mehr. Die haben Subplots oder Nebennarrative, könnte man sagen. Und bei Emergency Room ist das eigentlich Action meistens. Das sind aufregende Rahmenhandlungen. Wir haben ein Beispiel gezeigt, da hat ein Anschlag stattgefunden, also ein Bombenanschlag und dann gab es viele Verletzte und das hat natürlich die Situation im Krankenhaus ganz wesentlich dramatisch zugespitzt. Man konnte dann sehen, wie die Ärzte mit dieser schwierigen Situation teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich umgegangen sind. Die Frage ist jetzt, hilft die dramatische Action bei der Gesundheitskommunikation? Und welche Rolle spielen die Systemen, erzeugen die Aufmerksamkeit und sind die Leute dann auch eher bereit, die anderen Informationen aufzunehmen oder ist es eben so, dass es eben eine ablenkende Funktion hat? Und hier sehen wir zunächst mal, dass man unterscheiden muss, welche Dimensionen der Informationsvermittlung man eigentlich betrachten will. Man kann erst mal sagen, dass die dramatische Action sowohl die Intensität des Unterhaltungserlebens als auch das Stresserleben steigert. Daraus folgt schon mal, dass hier kein Gegensatz zwischen Stress und Unterhaltung besteht. Also offenbar liegt im Stress selber ein unterhaltendes Moment. Dramatische Geschichte verstärkt das Narrative, Engagement der Zuschauer in die Geschichte hineingezogen werden. Das hatten wir auch gewissermaßen erwartet. Das ist das, was man von der Fiktion eigentlich generell erwartet, als Einladung in die Geschichte einzutauchen. Der Wissenstransfer, und das ist jetzt was Wesentliches zum Verständnis der Informationsprozesse, die dabei ablaufen, profitiert von der dramatischen Action, aber nur, wenn die Rahmenerzählung geschlossen ist. Die präventive Gesundheitsvorsorge wird durch die dramatische Action eher beeinträchtigt. Der dritte Punkt ist der entscheidende. Das Design war, ich habe das vielleicht zu schnell hier gemacht, drei Gruppen. Eine nur mit den Kernsequenzen im Krankenhaus, dann eine nur mit dem Rettungseinsatz, wo die hingefahren sind. Und das habe ich nicht erwähnt. Im weiteren Verlauf ist auch der Attentäter im Krankenhaus und es gibt einen Angriff, eines der behandelnden Ärzte, ganz in der Verletzung des Hippokratischen Alters, greift er dann den Attentäter an und einer der Verwandten, die dann ein Opfer auch als Tod zu beklagen haben, macht dann auch noch einen Angriff und der stirbt dann. Also das ist schon so eine kleine Selbstjustizgeschichte, die dann da rumgerankt ist. Und jetzt ist das Interessante, dass in der Situation, dass nur die Bombenexplosion und die Fahrt zum Krankenhaus gezeigt wird, was auch schon sehr aufregend ist, sich der Wissenstransfer nicht verbessert. Erst wenn die Geschichte rund gemacht wird, also gewissermaßen zu einem Abschluss kommt, wer war denn die Ursache für diesen Terroranschlag, wie geht man denn damit um, dass da ein Mensch andere einfach umbringt. Erst dann war wieder, so wäre die These, Kapazität frei, Informationsverarbeitungskapazität, um auch die medizinisch relevanten Informationen aufzunehmen. Also eine offene Geschichte stört den Informationstransfer in jeder Hinsicht. Das ist etwas, was ich nachher noch in einem Modell zeigen möchte. So, das haben wir dann auch noch beim Bergdoktor untersucht. Da geht es natürlich weniger um Terroranschläge und Selbstjustiz. Da geht es um romantische Liebe. Der hat ja fast mehr mit verschiedenen Liebschaften zu tun als mit seinen Patienten. Und das war auch ein bisschen unsere Fragestellung. Wie wirkt sich diese Liebelei A, auf das Ärzte-Image aus, auf die Bereitschaft der Leute, Vorsorgeverhalten zu treffen, also zu Ärzten zu gehen und sich untersuchen zu lassen und überhaupt einen gesunden Lebensstil zu praktizieren. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Man könnte sagen, die Liebesgeschichte lenkt ab oder sie hilft wieder als Einstiegsdroge, könnte man fast sagen, in den Gesundheitsdiskurs. Sie könnte auch ein bisschen was von der Angst nehmen. Ist ja nichts Angenehmes, im Krankenhaus zu sein. Wir haben ja alle Erfahrungen mit Krankheit und das ist natürlich etwas, was uns auch Angst macht. Und das könnte ja die Liebesgeschichte helfen. Dann ist es auch für kleine Kinder verträglicher. Ist ja für Jugendschützer auch ein interessanter Gesichtspunkt. Aber was macht es mit der Gesundheitskommunikation? Das ist die Fragestellung. Ich lasse das jetzt. Das ist zu spät. Ich wollte es Ihnen vorführen. Hier ist es nochmal geschildert, wie das aufgebaut ist. Er trifft sich mit seiner zu der Zeit schwarzhaarigen Geliebten oben auf dem Berg. Also die wechseln öfters und er freut sich, hat das gar nicht erwartet und es wird sehr ausgiebig mit Musik und so weiter und natürlich in Bergkulisse gezeigt. Und dann gibt es eine Kernsequenz zwischen einem Arzt und zwischen dem Bergdoktor und einem Patienten, der nicht auf ihn gehört hat und trotz seiner Warnungen eine Bergtour macht und prompt eine Attacke erleidet. Und er wird gerade noch so gerettet und es geht dann darum, dass er vorsichtiger sein muss und wie seine Krankheit im Einzelnen einzuschätzen muss. Das ist gewissermaßen die gesundheitsrelevante Information. Und dann am Ende gibt es noch eine Abschiedsszene, tränenreich auf dem Bahnhof. Sie sagt, ja, ich kann, ich liebe dich, aber ich brauche die Stadt, ich brauche die Aufregung dort und so weiter. Ich kann nicht hier in dieser Bergidylle verdörren. Er sagt dann, ja, ich verstehe dich, aber ich kann nicht mit dir gehen, denn ich brauche die Berge und meine Patienten brauchen mich. Und dann Musik und es ist wirklich super rührend. So, was macht das jetzt mit der Gesundheitskommunikation? Das ist ja jetzt angewandtes Edutainment. Das sind die Fragstellen, die übergehen werden. Wir schauen uns gleich die Ergebnisse an. Verringern die liebessehenden Stress durch die krankheitsbezogenen Sequenzen in die Antwort, ja. Also der Stress geht runter, massiv geht er runter. Allerdings wird der Unterhaltungswert dadurch auch gemindert. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Der Unterhaltungswert hängt nicht davon ab, dass wir stressfrei durch die Unterhaltung gehen. Der Unterhaltungswert hängt davon ab, dass wir das als relevantes Erlebnis wahrnehmen. Und ich schaue mir die Krankenhose ja eigentlich, das hat die Untersuchung gezeigt, doch eher wegen der Krankengeschichte und nicht wegen der Liebesgeschichte an. Da gibt es andere Genres, die das viel stärker und eindeutiger fokussieren. Und wenn ich dann da entsprechend konfrontiert werde, nimmt es mir was von der Unterhaltung weg. Auch die Informationsqualität wird in G2, das ist die Gruppe, wo diese Anfangssequenz auf dem Berg stattfindet, also dieses romantische Treffen, ohne die Abschiedssequenz. Das ist überhaupt der Hauptbefund. Die Gruppe 2 funktioniert überhaupt nicht, gesundheitskommunikationsmäßig. weil, und das ist jetzt schon die Analogie zu dem Emergency Room Experiment, weil auch hier die Geschichte nicht zu Ende gebracht ist. Und es kommt dann noch was dazu, also man ist sozusagen mit der Frage beschäftigt, was wird aus denen, kann die überhaupt bleiben und kann sich einfach auf diese anderen Sachen nicht konzentrieren, fühlt sich geschürt. und es kommt noch was Zweites hinzu. Und das ist, das übergehen wir jetzt, das ist in die Eiflüsse auf das Innovative Engagement, da zeigt sich analog, dass im Grunde die Liebesgeschichte nicht viel hilft, den Leuten in die Geschichte reinzukommen, weil das Wesentliche ist tatsächlich, das sind die kranken Geschichten. und jetzt geht es darum zu erklären, warum gerade in G2 dieses Liebesnarrativ 1 so viele Störungen verursacht, dass die Leute weder richtig reinfinden, noch unterhalten werden, noch der Informationsgehalt hoch beantwortet wird und schon gar nicht, dass sie daraus dann entsprechende Vorsorgeschlüsse ziehen, was wir uns ja alle wünschen, dass wir uns alle um gesundes Leben bemühen und so weiter und da auch investieren und viel Aufwand treiben. Die Erklärung ist, wie schon beim Immersion Serum, dass es eine Irritation verursacht, dass die Geschichte gewissermaßen gar nicht passt zu dem, was man erwartet und dass sie nicht zu Ende ist und man ist beschäftigt mit der Frage und kann sich nicht orientieren. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man natürlich nicht nur Romantik-Fans unter dem Publikum hat. Es gibt ja welche, die die Volksmusik wirklich lieben und es gibt welche, die sie wirklich hassen. Also da gibt es ja kaum was dazwischen. Das heißt, es gibt auch in diesem Romantik-Bereich so etwas wie einen Anti-Romantik-Affekt bei Leuten übrigens meistens eher noch bei Männern, aber das ändert sich im Moment gerade, stelle ich fest. Es gibt auch viele Frauen, die jetzt sozusagen einen Anti-Romantik-Affekt entwickeln, weil sie misstrauen im Grunde der unrealistischen Idylle. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Gefühls. Und in dem Moment ist es natürlich auch nicht mehr weit her mit meiner gesundheitsbezogenen Reflexion und meiner Bereitschaft da Informationen aufzunehmen. Hier sieht man also jetzt die Vorsorgebereitschaft, geht in den Keller in Gruppe 2. Und die Erklärung, auch hier wieder das offene Ende provoziert Fragen, die Aufmerksamkeit binden. Und jetzt kommt der zweite Aspekt und der ist wichtig. die implizite Botschaft der offenen Liebesgeschichte passt nicht zur gesundheitspolitisch motivierten Entertainment-Education-Botschaft. Was ist damit gemeint? Die eigentliche Botschaft ist, Gesundheitsvorsorge ist wichtig in den Kernsequenzen. Da wird ja die ganze Problematik des Krankseins und des wieder therapeutischen Behandelns in den Mittelpunkt gestellt. Die erste Liebesszene hat auch eine Message, so ähnlich wie die Märchen, die wir vorhin hatten. Und die heißt, Ärzte führen ein ausgedehntes privates Liebesleben. Wollen Sie zu einem Arzt gehen, der sich eigentlich nur um seine romantischen Liebesgeschichten kümmert? Oder wollen Sie einen haben, der sich für seine Patienten einsetzt? Und das ist genau das, was passiert ist durch die Schließung der Liebesgeschichte in der Abschiedssequenz. Ich habe es Ihnen ja erzählt, ich hätte es Ihnen auch vorführen können. Kommt eine zweite Message und die heißt, Stimmt, Ärzte haben auch ein Privatleben und hin und wieder romantische Liebesgeschichten. Aber wenn es zum Konflikt kommt, und das sieht man nur in der Gruppe 3, entscheiden Sie sich für die Patienten. Und dann gibt es einen positiven Imageeffekt und es gibt eine gesteigerte Bereitschaft, sich um Gesundheitsvorsorge zu kümmern, etc. Was man hier also ganz klar sehen kann, ist, dass ich würde sagen, das Informationsdesign der Sendung durch kleine Veränderungen darüber entscheidet, ob eine Sendung im Sinne der Gesundheitskommunikation erfolgreich ist oder nicht. Sie haben nur dieses Element weggelassen, dass der Arzt sich im Zweifel für die Patienten entscheidet und schon haben Sie praktisch vermittelt über Imageeffekte auf den Arzt, negative Transfers auf die Bereitschaft, zum Arzt zu gehen. Also die Unterhaltung ist schon sehr wirksam. Wir müssen nur schauen, dass wir den Subtext, den informationellen Subtext jeder Sequenz auch richtig verstehen. Darauf müssen wir mehr achten und das ist auch der Grund, warum ich sage, nicht nur Unterhaltung ist Information, sondern Unterhaltung muss als Information verstanden werden, um ihren Wert oder auch ihren Unwert überhaupt verstehen und kontrollieren zu können. Das ist hier in dem Modell kurz zusammengefasst. Also es geht bei dem Entertainment Education nicht um irgendeine seltsame Verbindung von Information und Unterhaltung, sondern es geht um die Verbindung verschiedener Informationstypen und verschiedener Informationsebenen und da müssen einfach die Messages auf den verschiedenen Ebenen, zum Beispiel der Liebesgeschichte oder der Actiongeschichte kompatibel sein mit dem, was Sie eigentlich intendieren als Kommunikatorin oder Kommunikator, der an gesundheitspolitischen Effekten interessiert ist. Das ist eigentlich Kohärenzmodell, Abschließungsregel, Kohärenzregel und natürlich muss die Sache dann insgesamt stimmig sein. Und ich komme jetzt auch schon zum Schluss. Sechs Postulate zur Information und Unterhaltung. Information und Unterhaltung können nicht überschneidungsfrei voneinander abgegrenzt werden. Das ist eigentlich schon ein alter Hut seit den 80er Jahren. Das war ja schon bei Ulla Dem offenkundig. Aber man hat trotzdem nicht verstanden, was ist eigentlich Information und was ist Unterhaltung. Unterhaltungswert einer Sendung hängt nicht nur von Emotionen ab, sondern wesentlich von Information. Unterhaltung ist Information. Also wenn Sie die Popularität von bestimmten zum Beispiel Castingshows verstehen wollen, dann hat das auch mit Information zu tun. Weil die Message ähnlich wie bei dem Märchen von Aschenputtel ist es zum Beispiel auch, dass man aufsteigen kann. Das ist die Message. Das wird im Grunde zelebriert und wird vermittelt und macht natürlich Leuten, die dann hart um ihre Karriere kämpfen müssen und vielleicht gar keinen Job haben, wie jetzt in Spanien oder Italien, macht denen Mut. Und das ist etwas, was Sie gewissermaßen in Form bringt, informiert. Das ist Unterhaltung als Information. Informativen Gehalt hat die Unterhaltung primär im lebensweltlichen Bezugsrahmen des Rezipienten. Das ist genau die Ableitung von dem Modell, was ich vorhin im Zusammenhang mit Brenda Derwin vorgestellt habe. Die Bedarfslagen für Informationsprozesse in der Unterhaltung entstehen eigentlich in der Regel im Alltagsleben. Wir haben wechselvolle Erfahrungen in der Partnerschaft, im Beruf etc. Und dann entstehen diese Entscheidungssituationen, diese Problemdrucksituationen und dann wollen wir mit Unterhaltung irgendetwas zur Lösung beitragen. Und deswegen ist der informative Gehalt gerade der Unterhaltung auf das Alltagsleben fokussiert. Erklärt im Übrigen die ganz unglaubliche Erfolgsgeschichte des Reality TV seit den 80er Jahren. Man hat es ja am Anfang nicht glauben wollen und dachte, es ist der Untergang des Abendlandes. Der Erfolg war aber nicht die Vorspiegelung falscher Tatsachen von wegen das ist die wahre Wirklichkeit, sondern der Erfolg war begründet, dass es ein Format war, was alltagszentriert aufgetreten ist und das war offenbar durch die vormaligen Angebote noch nicht hinreichend abgelegt. Heute ist es ein flächendeckendes Phänomen in der Unterhaltung. Ich kann mit Ihnen alle Genres durchdeklinieren und Ihnen den Alltagsbezug aufzeigen. Aber es ist wichtig zu verstehen, es sind nicht die Informationen darüber, wer der nächste Bundeskanzler in Deutschland oder in der Ukraine wird jetzt gewählt, sondern es ist die Frage, wie ich mich in Form bringe für das Alltagsleben. Entweder im emotionalen Bereich, dass ich Stress abbauen möchte oder motiviert sein oder vielleicht auch einen Hinweis bekomme, wie ich im Einzelnen bestimmte Probleme lösen kann. Im Kern handelt es sich bei der Mischung von Information und Unterhaltung und das ist hier in Anführungszeichen gesetzt, weil es eigentlich gar keine Mischung von Information und Unterhaltung ist, um ein Integrationsproblem verschiedener Informationsebenen. Und das ist dann natürlich schon die Voraussetzung für das fünfte Postulat. Eine störungsfreie Kommunikation gelingt dann, wenn das ein bisschen kompliziert formulieren, ich habe es nicht einfach formulieren können, eine störungsfreie Kommunikation gelingt dann, wenn die das Unterhaltungserlebnis konstituierende Information, zum Beispiel Yes, I can im Superman Cartoon, die der Rezipient aktiv aussucht, weil er vielleicht einen Bedarf hat, sich seiner eigenen Größe zu versichern, ist er vielleicht eher ein bisschen klein in seiner Erfahrung. Wenn diese Information mit der vom Kommunikator intendierten Informationsvermittlung irgendwelchen Pädagogen, ob jetzt Volksaufklärer im 18. Jahrhundert oder Gesundheitsaufklärer heute, die müssen kompatibel sein, die müssen übereinstimmen und wenn da Widersprüche entstehen, dann gibt es diese angesprochenen Kommunikationsunfälle. Und das ist in der sechsten These dann nochmal spezifiziert, weil Unterhaltung im Wesentlichen Informationen für das Alltagsleben bereitstellt, ist eigentlich dann Infotainment, wenn man das mal in diesen Begrifflichkeiten ausdrücken wollte, im Sinne eines optimierten Entertainment Education dadurch gekennzeichnet, dass der Informationsgehalt im lebensweltlichen Bezugsrahmen mit dem systemischen Informationsgehalt, zum Beispiel in Bezug auf Politik oder das Gesundheitswesen übereinstimmt. Ich will Ihnen dafür ein letztes Beispiel geben, wir haben nicht nur Krankenhaussehen untersucht, sondern wir haben auch historische Dokumentationen und auch Spielfilme mit historischen Themen untersucht und einige waren da verbunden mit dem Holocaust. Und jetzt ist hier natürlich eine sehr belastete Zeit angesprochen und die Informationen sind auch nicht einfach zu verdauen. Was wir sehen konnten auch gerade bei Jugendlichen war, dass die Verarbeitung dieser Dokumentation, das war von René, der schon in den 50er Jahren, wie ich finde, auch heute noch anschaubares Werk über den Holocaust gedreht hat, sie waren dann in der Lage, das gut zu verarbeiten, wenn sie die Humanitäts-Message auch auf ihr Leben beziehen konnten. Also wenn ich nur einfach die Leichenberge sehe, bin ich natürlich schon belastet und möglicherweise auch emotional überfordert. Wenn ich aber aufzeige, was ich dann in meinem Leben zum Beispiel gegen Diskriminierung machen kann von Homosexuellen, sind ja nicht nur die Juden gewesen, die im KZ umgebracht wurden, sondern überhaupt Minderheiten, die verfolgt wurden, dann haben sie eine Perspektive und in dem Fall wäre die Konsequenz für das Alltagsleben kompatibel mit der auf der System Ebene, denn wir wollen ja eines ganz gewiss nicht nochmals einen Faschismus erleben, wie er in Deutschland schon mal war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Noch einen Augenblick, da gibt es direkte Nachfragen, ich glaube vieles von dem, was du uns erzählt hast, passt ganz gut auch in den Kontext mit Frau Esch, besser denn sie wollen was ganz anderes in der Richtung sagen, aber ich vermute mal, so wie ich das Spiegel Online entnommen habe, geht das in eine sehr ähnliche Richtung, deshalb können wir zusammen diskutieren, die Frage ist, gibt es jetzt noch konkrete Nachfragen? Herr Schwender. Also einerseits ein Versuch mal auch noch einen Punkt noch mal kritisch drüber nachzudenken, aber gleichzeitig es fast dann zu erweitern, nämlich wie kriegt man dann so Märchen wie Untergang der Titanic, also Titanic, den Film, in ein solches Modell, was kann ich da, was bedeutet das für Alltag? Es gab nach dem Schiffsunglück in Italien, wie ist das? Costa Cordalis, Concordia, ich kriege den Namen nie hin, wurden Überlebende befragt und ein Paar erzählte, ja es war wie in Titanic. Im Grunde haben die den Film nicht gesehen, primär um jetzt zu lernen, wie gehe ich bei Schiffsuntergängen um, aber das was sie daraus ziehen konnten war, wie kann ich mich jetzt ruhiger verhalten, gelassener verhalten, wo muss ich hingehen, was passiert, also einerseits muss man diesen Lebensumwelt, Lebensumfeldbegriff wahrscheinlich noch mal erweitern, auch auf seltene gefährliche Situationen, das zweite ist die Intention, das heißt wir schauen uns ja Titanic nicht an, um zu lernen, wie wir uns bei Schiffsunglücken verhalten sollen, also das wäre noch mal spannende Dinge, wie kriegt man die noch da in das Modell mit hinein? Ja, also habe ich überhaupt kein Problem damit, ich würde auch in dem Titanic-Fall, das ist ein Beispiel des rituellen Sehens, es gibt da viele, die sehen das 20 Mal und häufiger, warum eigentlich? Also ich, ganz bestimmt nicht, wie Sie ja richtig vermuten, weil Sie was lernen wollen für Ihren eigenen Schiffsuntergang, ich vermute, das liegt daran, also wir haben als Hauptbefund vieler Unterhaltungsrezeptionen die Zunahme der internalen Kontrollerwartung, also die Leute denken dann anschließend nach dem Western, nach dem Actionfilm, sie könnten mehr ausrichten, mehr kontrollieren als vorher, viele Psychologen halten das ja auch für ein großes, positives Ereignis. Das Problem ist nur, dass Sie ja wissen, dass es nicht immer, und wenn Sie also Kontrollzwänge entwickeln, wenn Sie in Urlaub fahren wollen, wird es wirklich zur Last und es ist auch schlechterdings objektiv nicht möglich, alles zu kontrollieren. Also gibt es immer auch den umgekehrten Fall, dass ich akzeptieren muss, was ich nicht kontrollieren kann. Also ich würde, ich sage mal, jetzt nicht nur Titanic, sondern alle negativen Untergangsszenarien eigentlich als eine Vorführung sehen der Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten. Das wäre eine Ebene und die zweite Ebene rechne jeden Tag mit dem Schlimmsten und lebe so, als ob es dein letzter wäre. Weil es ist ja schon eigenartig, dass so eine Katastrophe so oft und immer wieder rituell dann rezipiert wird. Was bringt es denn Leuten? Und ich glaube, dass es wirklich auf dieser Ebene auch sozusagen einen Umkehreffekt der Dystopie auf dein eigentliches Gefühl, jetzt muss ich aber wirklich das Leben so führen, wie ich es möchte, lass mir nicht mehr von meinem Chef was vorführen, befreie mich von Zwängen und darin liegt ein entlastendes Moment. Also diese negativste Nein ist jetzt nicht im Sinne von, das wäre eine Vulgarisierung des Informationsansatzes, den ich hier vertrete, ist nicht nur so zu verstehen, dass jetzt hier Informationen vermittelt werden über Schiffe. Das ist zu eng. Weil gerade vor dem lebensweltlichen Hintergrund verallgemeinern wir die Situation. Es gibt ja auch in der Literatur ganz viele Beispiele für nautische Metaphorik der menschlichen Existenz schlechthin. Schopenhauer hat das zum Beispiel gemacht. Der hat da auch nicht an irgendeinen Schiffer gedacht, konkret, sondern den Menschen sozusagen auf den Wellen seines Schicksals. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Moment gerade beobachten in der Jugendfilmrezeption. Wir haben ja da eine Studie zusammen mit der FSK gemacht, die Tribute von Panem. Das ist ja auch kein Zuckerschlecken dort. Also die ukrainischen Studenten haben sich da sehr erinnert gefühlt an ihre jüngere politische Vergangenheit und auch Zukunftsängste entwickelt. Das Wesentliche. Und dann kam heraus, dass eben die Jugendlichen nicht mit gesteigter internaler Kontrollerwartung reagiert haben, sondern mit gesteigter externaler. Jetzt war die Frage, dramatisiere ich das und sage, das ist sozusagen eine Schule der Anpassung, das könnte man so sehen, und Ohnmachtsvermittlung oder, und da wäre vielleicht auch die kritische Frage an die Psychologie zu stellen in dem Zusammenhang, ist vielleicht die Absolutsetzung der Kontrollfähigkeiten und des Selbstbewusstseins auch verkehrt, weil es nämlich Menschen dazu verführt, sich für stärker zu halten, als sie sind und da sind die Frustrationen ja schon programmiert. Also wir brauchen diese negativen Szenarien auch um gewissermaßen uns der Grenze unseres Handlungsvermögens zu vergewissern. Und natürlich hat Tribute von Panen dann auch noch ein paar optimistische Aspekte. Ich meine, die junge Frau ist ja dann doch ziemlich aktiv und im dritten Teil gibt es ja dann, glaube ich, eine Revolution. Ja, vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag, sehr interessant. Mich würde interessieren, auch bei dem Beispiel, was wir jetzt mit dem Bergdoktor hatten oder Emergency Room, bei diesen Arzt-Säen, steckt ja auch sehr viel Fachwissen letztendlich drin, also Fachfakten, sag ich mal, einfach Krankheitsbilder, die ja denn eigentlich nicht aus dem Alltagsleben, also die Großteil der Zuschauer, für die ist das Sonderwissen, das ist nicht ihr Alltagswissen, inwiefern, also wie gutgläubig geht der User heran und sagt, okay, ich nehme die jetzt tatsächlich als bare Münze oder bei Big Bang Theory zum Beispiel die ganzen physikalischen Theorien, die da immer präsentiert werden, inwiefern nimmt der User das schon und sagt, okay, ich glaube das jetzt einfach oder in welchem Auswand findet tatsächlich eine Auseinandersetzung damit statt, kann ich dessen, dem, was da als Fakt angeboten wird, tatsächlich glauben? Also ich möchte mit... Ich bitte mal eine kurze Antwort, weil leider... zwei kurze Antworten dazu, die Gruppe, die am stärksten überrepräsentiert ist bei den Emergency-Zuschauern sind die Ärzte und zwar nicht wegen dem Fachwissen, sondern weil es da natürlich auch um Interaktionsinformationen geht unter den Ärzten, weil die Situation im Alltag irgendwie natürlich sehr belastend sein kann für Ärzte und weil sie sich da wiedererkennen. Also für die gilt dieses Problem nicht, das ist das eine. Sie haben natürlich recht, es ist durchaus möglich, dass Sie aus jeder Information in der Unterhaltung Fragwürde geschlüsselt sind. Das ist aber etwas Generelles. Da kann ich nur sagen, ich kann als Kommunikationswissenschaftler zeigen, welche Informationsprozesse funktionieren und die Kreativen oder die Kommunikationsdesigner müssen dann entscheiden, was sie wollen. Sie können natürlich versuchen zum Beispiel so eine Serie wie im Emergency Room unter dem Blickwinkel der Fachinformation zu optimieren. Also was Ähnliches hat man mal mit Notruf gemacht, da erinnere ich mich noch, da hat man vorgeworfen Voyeurismus und so weiter und dann haben wir festgestellt, es steigert die Hilfsbereitschaft, aber helfen zu wollen heißt noch nicht, helfen zu können. Also war der Vorschlag, lasst doch die Profis, die RTL-Leute beraten, damit die wissen, wie das mit der stabilen Seitenlage richtig funktioniert, damit da keine falschen Schlüsse rüberkommen. Okay, überall wo Informationen, Prozesse stattfinden, können auch Fehlinformationen stattfinden. Da können wir nur sagen, wir müssen sozusagen lernen, hier die Unterscheidungsfähigkeit zu trainieren und es kommt dann letztendlich auf die Gestaltung an und ich würde das also sozusagen konstruktiv wenden Ihre Frage und sagen, wenn Sie hier ein Problem sehen und das kann man möglicherweise auch belegen, wir haben das jetzt nicht untersucht, das war nicht im Fokus, dann könnte man sehr wohl auch überlegen, wie das Gesamtdesign optimiert werden muss, damit diese missverständlichen Fachorientierungen nicht stattfinden. Zum Beispiel müssen die Informationen einfach stimmen, das wäre mal das Wesentliche. Das wäre mal das Wesentliche. Vielen Dank. Vielen Dank.